Hallo bei Holzwerken TV. Es gibt in der Werkstatt ein Instrument, das immer wieder unterschätzt wird und das ist der Zirkel. Wir wollen uns heute mal genau anschauen, was Sie mit einem Zirkel alles machen können, um die Arbeit in Ihrer Werkstatt zu beschleunigen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Zirkel ich in meiner eigenen Werkstatt habe. Acht bis zehn dürften es schon sein. Vier habe ich mal heute mitgebracht. Zwei davon sind Flohmarktfunde, zwei davon sind Neukäufe. Ich schätze zum Beispiel für größere Kreise dieses kräftige Modell hier. Ist wahrscheinlich mal aus einer Schlosserei. Das ist ein 2-3 Euro Artikel auf dem Flohmarkt, aber wenn Sie sowas finden, einfach mal mitnehmen. Es wird sich bewähren. Was Sie damit machen können, werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Also wirklich eine sehr robuste Ausführung hier mit diesem Kreisbogensegment zur Arretierung. Der zweite Flohmarktfund hier hat sowas ähnliches. Hier dient der Kreisbogen aber nicht zur Arretierung, sondern zur Skalierung. Hier habe ich eine Skala, wo ich tatsächlich sehen kann, wie weit ist der Spitzenabstand hier unten anhand dieser Skala. Ist eine nette kleine Spielerei. Ganz hilfreich. Bei diesem neueren Stechzirkel ist wie bei den anderen auch eine Schnellverstellung dabei. Das heißt, ich drücke einfach etwas zusammen, kann diese ganze Einheit mit diesem Konus ziehen und habe dann sofort einen viel größeren Abstand. Das haben die meisten Schulzirkel übrigens auch nicht. Von daher, allein aus dem Grund, ist das hier schon die bessere Wahl. Also das ist eine sehr praktische Einrichtung. Ein solcher Zirkel wird natürlich häufig zum Beispiel zum Drechseln verwendet. Und dann habe ich hier noch dieses Modell, ganz praktisch und klassisch. Mit einem Bleistift. Denn ein Bleistift ist natürlich wesentlich leichter zu schärfen und wesentlich robuster als diese kleinen Grafitmähen, von denen ich eben schon sprach. Beim Thema Zirkel denkt man natürlich sofort an das Thema Geometrieunterricht, früher in der Schule. Und in der Tat gab es damals einige Geheimnisse, die man heute noch gut in der Werkstatt gebrauchen kann. Zum Beispiel, wie man eine Strecke halbiert. Sie erinnern sich vielleicht noch, man hat eine gegebene Strecke und die möchte ich jetzt halbieren. Mit einer Skala geht das natürlich auch, aber mit einem Zirkel geht es mindestens genauso schnell und mindestens genauso gut. Und das geht folgendermaßen. Ich nehme jetzt hier meinen Zirkel, steche ihn ein und stelle ihn so Pi mal Auge etwas über die Hälfte der zu halbierenden Strecke ein. Schlage dann einen Kreisbogen, vom anderen Ende noch einen Kreisbogen, den habe ich jetzt zu kurz gemacht. Und hier habe ich jetzt zwei Schnittpunkte, hier und hier, die ich jetzt wunderbar verbinden kann. Und bitteschön, da ist er schon, der Mittelpunkt dieser gegebenen Strecke. Obendrein gleich hier eine Linie, die senkrecht zu der Strecke steht. Kann manchmal ganz praktisch sein. Der nächste Trick ist ein besonders praktischer, wie ich finde. Es geht darum, wie ich eine beliebige Strecke in beliebig viele Teile zerteilen kann. Ich zeichne einfach mal frei Schnauze hier eine Strecke an. Völlig beliebig. Es kommt jetzt gar nicht darauf an, wie lang die Strecke ist. Ich messe sie aber trotzdem mal kurz. Es sind etwas mehr als 19 Zentimeter. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese 19 Zentimeter in sieben Teile unterteilen, dann hätte ich mit einem Maßband oder mit einem Lineal oder mit einem Zollstock noch arge Probleme, diesen Bruch millimetergenau auf diese Strecke zu bringen. Ich greife mir jetzt einen einfachen Stechzirkel. Ich habe den hier schon so ungefähr auf ein Siebtel eingestellt. Ein Siebtel dieser Strecke, das ist nach Augenmaß. Und dann geht es los. Ich schreite das ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es passt jetzt hier um etwa einen Zentimeter nicht. Dann muss ich ein Siebtel dieser Strecke den Zirkel aufdrehen. Ganz behutsam. Und schon geht es wieder los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Noch ein kleines bisschen. Und erneut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Und da komme ich genau am Ende an. Jetzt, wo ich sicher bin, dass alles passt, steche ich kräftig ein. Ich habe dann meine Markierungen. Zum Beispiel, wenn ich Schraubenlöcher ganz regelmäßig setzen möchte, damit ich ein harmonisches Erscheinungsbild habe. Ich zeichne die Stellen jetzt mal eben nach. Und so habe ich eine Streckenteilung 19 durch 7. Das versuchen Sie mal mit einem skalierten Maßband. Das wird deutlich schwieriger. Wunderbar geeignet ist natürlich ein Zirkel auch, um eine gegebene Strecke abzunehmen und um diese Strecke auf ein anderes Bauteil zu übertragen. Ich habe hier mal zwei Klötze aufgespannt und möchte gerne die genaue Länge, den genauen Abstand hier als Klotz von dieser Leiste abschneiden, damit dieser Klotz hier perfekt dazwischen passt. Nehme mir diesen Zirkel, der ist nicht federbelastet, das geht dann noch ein bisschen besser. Und nehme mir mit den beiden Spitzen hier den Abstand ab und kann den jetzt wunderbar hier auf diese Leiste übertragen. Und ich brauche dafür nicht messen. Dann drücke ich mir einfach einen kleinen Punkt hier rein, habe jetzt hier meine Markierung und weiß, hier muss ich abschneiden, damit ich genau die Länge habe, um dieses Stück hier einzupassen. Alles ohne Messen, das geht viel genauer als mit einem Maßband. Nochmal aus dem Bereich der angewandten Geometrie kommt ein weiterer Tipp, den ich Ihnen zeigen möchte. Und der hat mir wirklich die Augen geöffnet, als unser Drechselermeister Martin Ademart mal genau an dieser Stelle etwas gedrechselt hat und mal eben schnell ein Dreieck konstruiert hat. Da stand ich daneben und habe mich sehr gewundert, denn diesen Trick kannte ich nicht mal aus meinem eigenen Geometrieunterricht. Dabei ist der so einfach. Also, man hat einen gegebenen Kreis, wie zum Beispiel beim Drechseln ja den Durchmesser des Werkstücks. Ich zeichne einfach mal hier einen. Die Frage ist jetzt da, wie bekommt man dort ein Dreieck eingezeichnet. Das geht über eine wunderbare geometrische Eigenschaft, die eines Sechseckes genauer gesagt. Denn wie der Zufall so spielt oder wie es die Natur so will, ist der Radius eines Kreises genau gleich der Seitenlänge eines in diesem Kreise liegenden Sechsecks. Eine geometrische Funktion, ein geometrischer Zusammenhang, den ich noch gar nicht kannte, als unser Drechselermeister Martin Ademart das hier angewandt hat, habe ich erstmal ein bisschen gestaunt. Ich zeige es Ihnen einfach nochmal, wie es geht. Ich steche jetzt an beliebiger Stelle ein, ohne den Zirkel verändert zu haben. Ich mache hier auf beiden Seiten erstmal einen Strich und dann versetze ich und laufe sozusagen um den Kreis herum, steche immer wieder da ein, wo ich zuvor den Zirkelschlag gemacht habe. Und Sie sehen, als Kontrollschlag jetzt hier komme ich genau hier wieder aus. Und wenn ich diese Linien jetzt miteinander verbinde, habe ich ein perfektes Sechseck. Wenn ich aber nur jeden zweiten Punkt miteinander verbinde, habe ich, und das zeige ich Ihnen jetzt, ein perfektes, gleichschenkliges, gleichseitiges Dreieck. Das kann natürlich in vielerlei Hinsicht in der Werkstatt mal sehr interessant sein, es mal eben schnell so zu konstruieren. Gerade beim Drechseln, wenn man exzentrische Sachen drechselt, ist diese Geometrie-Funktion eine sehr interessante Geschichte. Danke nochmal an Martin Adelbart für den Tipp, ich kannte ihn noch nicht. Wenn ich Rundungen an einem Bauteil haben möchte, zum Beispiel am Ende dieses Brettes, ein Ausschnitt, dann kommt häufig der Tipp, naja, dann nehmen Sie sich etwas, was Rundes, was Sie gerade in der Werkstatt haben, so eine Rolle zum Beispiel, und zeichnen sich, wie Sie wollen, einen Kreisbogen hier rum. Das kann man machen, aber im Sinne der Gestaltung ist das natürlich nicht optimal, denn Sie haben keine Wahl, was den Radius anbetrifft, den Sie hier gerade vorfinden. Dabei ist es gar nicht schwer, mit einem Zirkel außerhalb eines Bauteils einen Kreisbogen anzusetzen, damit er im Werkstück hinterher zum Tragen kommt. Ich habe hier einen Hilfsklotz schon angespannt, da wird einfach eine Mittellinie draufgezogen, und dann kann ich natürlich wunderbar außerhalb des Werkstücks meinen Mittelpunkt ansetzen. Ich möchte den Kreisbogen jetzt deutlich größer haben. Na, das ist ein bisschen sehr groß. Und dann kann ich hier wunderbar einen genau definierten Kreisbogen schlagen, ohne dass ich irgendwelche Hilfsmittel mir suchen muss, die zufälligerweise den richtigen Radius haben. Denn für solche Mittel und für solche Aufgaben haben wir natürlich einen echten Zirkel. Wie gesagt, ein guter Tipp ist, haben Sie mehrere Zirkel in Ihrer Werkstatt. Ich wünsche Ihnen damit viel Spaß und sage, bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV. Musik 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 Musik